Ich bin Edi Ziermann, Chef Nachwuchs Swisskey Langlauf. Die Voraussetzungen zum Starten werden mitmachen. Der Helvetz-Nordi-Trophy sind Kinder, egal ab welchem Alter, bis zu 16. Mitlachen auf jemanden, der sicher ein Swisskey Mitglied ist. Die Helvetz-Nordi-Trophy ist sehr wichtig. Von der Läschungs-Dichte kann man die Stichstau in den Regionen zusammennehmen. Auch bei der Helvetz-Nordi-Trophy, auch national. Dass sie sich vergleichen können, wo sie stehen. Und ihre Karriere in diesem Sinne, bei U16 schon zu starten. Um sich zu entwickeln, herauszufordern, sich zu messen, was sie noch verbessern müssen. Dass sie die Fähigkeiten haben, sich überall technisch, läuferisch usw. zu entwickeln. Einfach. Klar. Helvetia. 5 3 4 5 10 8 9 11 10 Untertitelung des ZDF, 2020